Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, dem 3. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 429 und ich habe heute die folgenden Themen für euch mitgebracht. Eine Billion, HomePod, Dienste, Tesla, Surface Book 2 Update, Android 9.0 und ToDo. Der eine oder andere Max gestern Abend noch mitbekommen haben, denn nach den letzten Quartalszahlen ging es ein bisschen ab bei Apple am Aktienmarkt. Denn es ist jetzt soweit, Apple wurde definitiv zur ersten Firma gekürt, oder ist definitiv die erste Firma, die eine Trillion US-Dollar, also eine Billion Dollar überschritten hat. Unglaubliche Summen, riesen Mengen an Geld. Mittlerweile gegen ganz Schluss vom Aktienmarkt, der geöffnet hatte noch, sind sie knapp wieder unter diese eine Billion gefallen, aber dennoch wird es da auch sicherlich wieder hoch und runter gehen. Und Apple wird garantiert auch nicht die letzte Firma sein, die soweit geht und den Punkt überschreiten wird. Denn auch Google und Microsoft sind relativ nah, in Anführungszeichen, relativ bei 800 Milliarden. Keine Ahnung. Viel Geld ist da auf jeden Fall mit drin. In dieser Börse. Und wie immer, viel spekulativ. Und mal schauen, wie es weitergeht, was man aus den ganzen Zahlen auch hat herauslesen können mittlerweile. Zumindest irgendwelche Analysten und so weiter haben da wieder mal ein bisschen quer rechnet und ein paar Dinge hin und her geschaukelt. Und dann sind ein paar Zahlen rausgefallen. Anscheinend hat der HomePod jetzt doch einen Achtungserfolg bestritten. Wie schon bei der Apple Watch hat es ein bisschen länger gedauert, bis das Ganze in Schwung gekommen ist. Apple soll knapp 6% des Smart Home Marktes in den Staaten für sich eingenommen haben. Das sind 3 Millionen Geräte. Wenn man es so vergleicht, Amazon mit seinen Echos liegt bei 70% und Google mit den Home-Geschichten bei 24%. Also ziemlich, ja, deutlich andere Zahlen. Aber dennoch, 3 Millionen Devices sind schon mal keine schlechte Zahl, wenn man bedenkt, dass das Gerät doch ein bisschen im Nachteil ist von den Funktionen, im Umfang und den Möglichkeiten und natürlich auch deutlich, deutlich, deutlich teurer ist als eben genannte Produkte, weil bei den Echos sind natürlich ganz viele kleine, günstige Pox mit dabei. Gehen wir weiter mit Zahlen bei Apple, denn auch, ja, wie immer ich euch auch schon angekündigt habe, hat unter anderem Mac Prime die ganzen Daten ein bisschen genauer auseinandergenommen und sich da vor allem auch die Dienste ein bisschen angeschaut. Und da sieht man, dass aus dem ehemaligen iTunes, dann später DotMac und dann MobileMe und mittlerweile seit 2011 iCloud noch einiges abgefallen ist. Auch aus dem iTunes Store, der ab 2003 gestartet hat, ein Multimilliardengeschäft sich daraus entwickelt hat. Und da sind wirklich heftige Zahlen mit dabei, die man so erwirtschaftet hat. Wenn man das so anschaut, gibt es doch einige Firmen, die, ja, weniger erwirtschaften als Apple, nur mit einigen kleinen Teilen ihres ganzen Universums, die sie so mittlerweile haben. Apple ist halt doch nicht nur eine iPhone-Firma. Wenn ihr die Zahlen ein bisschen genauer studieren möchtet, daily.geektalk.ca, bei der 429 findet ihr die entsprechenden Links dazu. Dann gibt es Neuigkeiten für alle Retro-Fans, die einen Tesla besitzen. Da gibt es nämlich nächstens ein Update, so in drei, vier Wochen, das auf die Version 9.0 hört. Und da gibt es ein kleines Easter Egg drin, wie Elon Musk per Twitter hat verkündet. Und das Easter Egg heisst, man kann kultige Atari-Spiele auf der Konsole in der Mitte, also spricht auf dem Riesendisplay in der Mitte, spielen. Ja, jetzt muss ich mir dann doch so einen Tesla kaufen. Ich will auch ein bisschen Retro spielen. Vor kurzem habe ich euch mitgeteilt, dass es Updates oder Firmware-Updates, und zwar grosse Firmware-Updates für die Surface-Geschichten bei Microsoft gibt. Jetzt sind auch die Surface Book 2 damit dran. Wer so eines sein Eigen nennt, sollte das eine oder andere Mal in Richtung Update schauen. Da könnte bald was rausfliegen. Google hat es uns versprochen für den Sommer diesen Jahres, dass Android 9.0, die neue Version von Android, auf Android P, auch genannt, auf die Geräte ausgerollt wird. Also ja, gut, die Geräte ist ein bisschen übertrieben. Wenn man es so im Verhältnis nimmt, sind das irgendwie ein Prozent, die das wahrscheinlich im ersten Jahr bekommen, ja gut, zwei, drei oder vier. Aber ja, wie auch immer, die ganzen, also das Datum ist jetzt langsam durchgedrungen. Am 20. August soll es anscheinend zu weit sein, wenn das grüne P sich verteilen wird. Wir werden euch natürlich hier auf dem Laufen halten. Zu guter Letzt kommen wir zu meiner Lieblings-To-Do-App. Microsoft hat da wieder mal ein paar Updates rausgehauen und das habe ich in den letzten Wochen immer wieder mal ein bisschen hier, auch in der Daily und auch im Pogipsi.ch-Blog verbreitet. Die Updates, die kommen ja regelmässig und immer wieder. Doch es geht anscheinend nicht ganz so schnell vorwärts, wie man wollte. Zumindest muss man im letzten Jahr, war es dieses Jahr, die Wirkungsdauer von Wunderlist nochmals verlängern, weil es einfach noch nicht auf demselben Stand ist. Ja, ich drücke die Daumen, dass Sie das bald mal hinkriegen. Sollen Sie noch ein paar Mitarbeiter auf dieses Projekt werfen und dann könnte das dann doch ein bisschen schneller gehen. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn es so wäre. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit habe. Es geht jetzt dann schon ganz schnell in Richtung Wochenende zu. Heisst aufstehen für euch, Zähneputzen und an die Arbeit gehen. Habt einen erfolgreichen Tag und nachher geniesst es Wochenende. Das Wetter soll weiterhin stabil und heiß bleiben. Ich bleibe hier unten im Keller. Ich glaube auch, ich schlafe heute Nacht hier im Keller in meinem Büro, denn da draussen ist es einfach viel zu heiß. Das geht ja gar nicht. Also, euer Pokipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.